Extended Quick-Drawler. Hättest mir doch einfach mal eine zeigen können, Mensch. Ja, ich komm mal jetzt, ja. Hier ist auch noch ein Helm. Äh, das bist nicht du. Hier ist ein Spieler, pass auf. Ich komm? Richtung Osten. Nee, warte. Warte. Oh, scheiße. Der begibt mir keine freie Schlussbahn. Ich geh hin. Wo ist er denn? Einer down. Tot. Sein Kollege ist hier irgendwo. Rechts. Wie siehst du, wenn du zu mir läufst? Rechts. Check mal auf, ab, ja, bleib mal da. Check mal, ob der von da kommt. Ich guck mal, ob es hier, ich weiß gar nicht, wo es hier genau lang geht. Ich weiß nicht, ob er jetzt abgehauen ist, oder? Oh, scheiße. Hier hat er so viele Plätze, um sich zu verstecken. Oh, kacke. Pass auf. Also, halt, alle Ecken offen. Hier sind, oh Gott, warte mal. Hier ist frei, wo ich bin. Ich weiß jetzt nicht, ob sein Kollege hier überhaupt in der Nähe war oder nicht. Ich würde es nicht looten. Ich könnte jetzt natürlich Rambo mal... Ich, ich, ich spring durch. Hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Was? Der ist weg. Oder sein Kollege war überhaupt nicht hier. Er weiß. Könnte aber, also, pass auf, es könnte sein, dass hier wirklich noch sein Kollege irgendwo rumpimmelt. Ähm. So, wir brauchen, was brauchst du jetzt? Rucksack brauchst du noch, oder? Der Beste. Der Beste ist hier, wo ich bin. Komm mal zu mir. Loot am besten auch den anderen Typen. Oh, hier ist eine... AKM. Einpacken. Wo hast du denn den anderen denn abgeschossen? Hast du ihn? Ja. Der stand da hinter mir. Ich weiß nicht, was... Oh, der... Nein, 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 das ist nicht sein Kollege. Das ist ein anderer. Ho. Drei Kills. Ho. Geh nicht hin, geh nicht hin. Weg, 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 weg. Er hat Granate geworfen. Wow. Ho, ho, ho. Okay. Das war nicht sein Kollege. Auf der anderen Seite, da ist ein Dingans. Nein, anderer Ausgang, da ist ein... Rucksack. Hier, komm mal. Hier. Hier, hier, hier. Ich wohne Weste. Hier ist auch eine Weste. Beides zusammen. Siehst du? Der kommt auf mich zu. Schießt du ihn kaputt? Schießt du ihn kaputt? Ja, ich... Warte, warte. Warte mal, ich se... Oh, fuck. Keine Muni mehr. Einer down. Ja. Wie viel hält der Typ aus? Wahrscheinlich denn Munition nicht so sehr annehmen auf dem Boden. Ah, beide down. Danke für den Tipp. Ich hab da echt nicht drauf geachtet. Lass du mal schnell looten. Äh, fuck! Warst du das? Ja. Ich hab sie gezogen, als sie noch am Lehen waren. Ich wusste nicht, wie ich sie ablege. Gut, das ist... Gut, das ist nur eine Lehengranate, die ich so lange in der Hand gehalten habe. Ja, ich hatte zum Beispiel HE-Granaten oder Frack-Renade. Oh, scheiße. Das hätte schief gehen können. Okay, Bandagen, Energy Drinks und so ein Zeug. Vierfach-Scope. Nehm ich. Red Dot auch. Police West Level 2. Helmet. Vierersucher hat der eine. Willst du es nehmen? Hab ich schon. Hier ist eine Scar L drin, falls du brauchst. Ne, hier vorne, direkt vor uns ist eins. Musst nicht da... Da vorne ist auch ein Supply Drop. Das wollte ich ja gerade sagen. Ist mir gerade eingefallen, ja. Als die beiden Typen kamen. Das zum Boot und dann Supply Drop holen. Gucken, ob da... Wenn wir Glück haben, ist da eine M249 drin. Die kannst du haben. Ich glaube, die wird dir gefallen. Ah, das ist MG, wa? Ja. Und wenn da AWM drin ist, dann kann ich die nehmen. So, ähm... Äh, ach so, mir fallen lassen. Ähm, Adrenalin-Spritze, 8-fach-Scope, M24 ist drin. Baust du Verbände? Ne, wa? Hast du nicht. Ne. Äh, ich nehm mir mal die M24, ne? Ja, nimm. Gott. Soll ich die SKS nehmen? Ja. Die hat ja auch direkt schon ein gutes Scope drauf, ein Vierfach. Jetzt müssen wir nur irgendwo an eine sichere Stelle gehen, ohne nicht direkt krepieren. Angeschlossen... Angeschlossen... Angeschlossen zu werden. Nicht direkt ein Leichtes Ziel zu sein. Wir haben für die AK nur das Rotbrunnel-Visier. Ähm. Ja. Da unten... Ja. Hey, lass mal hier gucken unter der Brücke erstmal, dass wir... Also SKS ist ein Sniper, oder? Äh, Semi-Auto. Kannst du auch im Nahkampf nutzen. Siehst du, sich irgendwas bewegen? Ähm, ne. Einer schreibt... Auto rechts von uns, Auto rechts von uns. Kommt über die Brücke? Er ist zu schnell, der ist zu schnell. Einer meint, äh... Da sind sogar zwei Autos. Die Häuser am Strand... Werden's wahrscheinlich. Da, Markierung. Ja. Sollen wir am Strand lang laufen? Ne, ne, warte mal. Wir müssen erstmal hier bleiben. Wir haben noch eineinhalb oder zwei Minuten. Äh... Da sind gerade zwei Autos in die Richtung gefahren, ne? So, hier sind wir genau am Rand. Ich check mal schnell die Tanke. Ich dachte, meinen können, dass da einer ist, oder? Es war irgendwie... Hast du da einen gesehen? Ne, ne? Na, was machen wir denn jetzt? Wir laufen weiter rein, bis wir irgendwo sicher sind. Boah, hier ist auch eine geile Stelle, genau hier, dann im Felsen. Ja, links von uns wird geballert. Jetzt wollen wir hier bleiben erstmal. Wir haben einen dicken Baum, da hinten... Nein, nein, da hinten ist ein Supply Drop. Genau geradeaus auf dem großen Feld. Genau geradeaus auf... Ja, ne, nicht mit auf dem großen Feld. Wir können Leute absnacken, die da hinten nicht sehen. Meinst du, meinst du, meinst du, meinst du. Hast du einen gesehen? Scheiße! Ich weiß nicht, wie weit... Hast du einen gesehen? Ja, hinten am... Am Supply Drop hinten ist hinten... Oh, fuck, fuck, fuck! Wir müssen aufs große Feld. Da ist der Punkt. Ja, wir haben aber noch zwei Minuten. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie stark der Bullet Drop ist. Ey, du weißt schon, dass diesmal sollten wir es nicht riskieren, solange es zu warten war. Weil jetzt tut der schon richtig übel weh, der Kreis. Ja, ja. Ich wollte schon losschießen, ey. Ich hab mehr als genug... Das könnte sein, dass rechts von uns aber auch Leute hocken, ne? Der nimmt das Scope zu schnell weg. Ich kann nicht rechtzeitig sehen, ob die Kugel ankommt oder nicht. Okay, warte mal. Zero Ring... Scheiße, ich weiß die Taste nicht für Zero Ring. Ich lauf jetzt weiter, Alter. Okay, das ist... Ich lauf jetzt weiter. Ich komm mit. Pass, check da... Check rechts. Da sind im Häuschen... Im Häuschen könnten echt welche sitzen. Oder in den Häuschen. Du läufst gerade richtig schlecht, weißt du das? Ja. Ich hätte jetzt eher gesagt, hier unten lang. Da unten läuft einer auf übers Feld. Pass auf, der liegt da. Kriege ich. Einmal getroffen. Oh, der hat mir den Kill geklaut. Oh. Ähm, genau in die Richtung, in die du läufst. In den Norden. Irgendwo hockt da ein ganzer Haufen Leute auf dem Berg anscheinend. Oh Gott, Alter. Was sollen wir machen jetzt? Äh, wir laufen jetzt so weit, bis wir in den Safes uns sind. Ich hab Schiss, dass da jetzt einer gleich aus dem Haus steppt und uns direkt abknallt. Deswegen immer schön in Bewegung bleiben. Scheiße, wie sind wir voll auf dem offenen Feld. Check mal die Häuser. Ich guck mal hinten die Berge. Lohnt es sich jetzt irgendwie in Ruhe irgendwas, ein Energy oder so? Oder Schmerzmittel? Boah, wäre eigentlich eine Möglichkeit. Könntest du schon mal machen. Ich hab mir ein scheiß Schmerzmittel rein jetzt. Wenn du genug hast und wir freien, ja. Ich hab einen. Scheiß drauf. Jetzt eh Finale. Hau alles raus, was du hast. Ja. Warte, ich werf mir auch mal schnell einen. Auto kommt übers Feld gefahren. In unsere Richtung. Bleibt auf dem Feld stehen. Steigt aus. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Okay. Zwei Stück an dem Auto. Oh, scheiße. Okay, ausgenockt einen. Ich seh niemanden. Ich seh nicht, wo die sind. Ist sehr weit weg auch. Ja, beide gekillt. Hast du's gesehen? Ich hab's doch grad gesehen, ja. Oh, ja, Mann. Bist du das? Okay, Alter. Der Kreis, der Kreis, der Kreis. Ja, ja, komm schnell. Diesmal haben wir ja aber Gott sei Dank ein bisschen was eingeworfen. Sieben Stück nur noch. Das schaffen wir. Puh. Pass auf, die könnten hier wirklich direkt... Hast du... Du hast Nahkampfwaffen, ne? Ja. Ich werd aber nix treffen. Ich sag's dir jetzt schon mal. Einfach Spray and Pray. So, hier am Boden. In die Richtung, die wir gucken. Nordwesten, da sind noch welche. Ich geh mal ein bisschen nach unten. Pass auf. Pass auf. Du bist aber nicht in der Safe Zone, ne? Ja, ja. Wir haben ja noch ne Muter. Oh Gott. Ich weiß noch nicht, wo die Typen sind, ist das Problem. Die beiden am Auto sind tot. Außerhalb der Safe Zone könnten die sich befinden. Ist das einer? Der ist tot. Hey, der Gesch... Oh Gott. Oh Gott. Was ist? Wir sind nur noch vier. Wir müssen nur noch vier töten. Dann haben wir es. Nein, das ist vier. Ach so. Ich wollte gerade sagen, vier mit uns. Aber du hast ja recht, ja. Die können sich aber auch sehr gerne außerhalb der Safe Zone bewegen. Immer den Rücken checken, ne? Schieß. Da oben, da oben, geradeaus, wo ich hingucke. Okay. Lass sie sich töten. Lass sie sich töten. Ich will mitmischen. Hier kommt einer hoch, direkt vor uns. Direkt hinterm Baum. Siehst du da, wo ich hinziele? Ungefähr, ja. Granate raus! Flieg und Sieg! Was auch, ich muss nachhören. Nicht hingehen, nicht hingehen, ja. Direkt vor dem Baum. Der ist nicht tot. Hier ist er. Oh Gott, ich bin down. Kriegst du ihn? Der ist direkt bei meiner Leiche. Der läuft zu meiner Leiche. Oh Gott, da kommt noch ein anderer. Oh, sch- Nein! So knapp. Oh Gott! Da kam aber oben rechts bei noch einer. Ich hab nur gesagt, dass sie sich gegenseitig töten. Nein, der Typ von rechts hätte uns sonst flankiert sowieso. Nee, nee. Richtig geil, das ist genau ein scheiß Sonnenabschnitt auf den scheiß Fernseher. Weißt du das? Oh fuck, fuck, fuck! Ich hab doch gesagt, ich bin ganz woanders. Junge, wie ich... Boah, der erste Kill direkt. Ich hab direkt eingetötet. Ja, siehst du, so macht das. Das macht doch viel mehr Spaß, wenn man direkt am Anfang Leute sieht. Ja, aber der sieht genauso aus wie ich. Ich boxe den ersten... Ich hab's gar nicht gecheckt, Alter. Da ist einer, da ist einer, da ist einer bei mir. Schaffst du es, ihn kaputt zu knüppeln? Oder soll ich versuchen, schnell zu dir zu kommen? Ich probier's. Jolo. Ey, genau auf der Stelle ist die Sonne. Genau auf der Stelle, wo der ist. Du musst mich jetzt ganz komisch bewegen. Ich komm zu dir mal sicherheitshalber, okay? Ich hör die Schlüsse sogar. Ja! Hast du ihn? Ja, natürlich, klar doch. Geil. Wo ist der zweite von denen? Oder war das der zweite von denen? Ist er sofort gestorben oder ist er in Downstate gegangen? Er ist tot. Wenn er sofort tot ist, dann ist dein Kollege auch hinüber. Alter, der Sachen her mit der Scheiße, Junge. Her mit der Weste, der hat alles am Start, der Typ. Aber dann nehmen die ein Boot. Warte mal kurz. Tut, tut. Ich muss kurz vorbei. Oh Gott, ich komm da nicht hoch. Könnte natürlich sein, dass die auch zu Fuß gehen. Ja, da läuft einer. Siehst du den? Nee. Läuft vor der Brücke her. Das Gefühl, dass die unten rumgehen. Da unten ist nämlich ein Boot. Warte mal. Das Boot von hier aus hin. Ist keiner drin. Wenn da einer gleich einsteigt, könnte ich den abschießen. Alter, wie groß ist denn die? Hui. Hui. Feuerwerk. Oh, fuck. Wir werden beschossen. Was von Artillerie? Nee, ich hab'n Schuss gehört. Also bei mir explodiert hier alles nur. Oh Gott, bitte, bitte. Ich will nicht, ich will nicht in sowas sterben. Meinst du, es gibt das gleiche Prinzip wie bei Blitzen? Scheiß auf die Waffe, ich renne jetzt einfach. Boom, 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 ich bringe euch alle um, ich bringe euch alle um, ich renne jetzt einfach. Okay, wir haben's überlebt. So, hier wird's jetzt gleich lustig. So, wo sind denn die nächsten Opfer, die ich hier kaputt schießen kann? Ich hab' ja schön Zweikels. Ja, siehste, so läuft das. Äh, lass mich hier oben warten. Da unten ist ein Auto, glaub ich. Da unten. Ja, wir sind jetzt aber sowieso in der, äh, finalen Zone. Ich glaub, jetzt brauchen wir echt keine Ahnung mehr. Ja, ich würd's, ich lass mal zu den Häusern dahin gehen. Wir haben scheiß Auslösung, eigentlich. Hm, ja. Richtung Brücke sind Schüsse. Ja, da stehen zwei Stück an der Brücke. Komm, wollen, laufen, kommen wir mit zur Brücke schnell. Warte, 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 ich hab doch, ich hab'n fettes Scope, Alter. Wo sind die? Ja, ja, komm mit, die, die campen an der Brücke, die, genau das, was wir gemacht haben, hinter den letzten Autos. Die holen wir uns jetzt. Doch, die Scania. Äh, die K... Der Schrotflinte, aber die Schrotflinte haben hier... Also, Schrotflinte sowieso... Oh, ich hab, ich hab' nur eine Waffe, fällt mir grad' auf. Hätte... Ja gut, ich, 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 ich halt die erstmal hier im Visier, die beiden. Die, die, die fangen nämlich Leute da ab. Ähm, schaffst du's rechtzeitig zu kommen? Ich weiß nicht. Schießt du grad' auf mich? Nein. Warum soll ich auf dich schießen? Weiß ich nicht. Kam der Schuss aus deine Richtung oder haben die von da hinten auf mich geschickt? Nein, ich hab' keine Ahnung. Hier ist ja erstmal auf dem Berg, Alter, für die Übersicht. Scheiße, waren die das? Ich muss auf die das Feuer eröffnen, na? Wo genau sind die? Warum haben wir uns eigentlich so... Genau da an dem Truck. An der Brücke. Ich renne, ich renne. Hab' einen. Oh, beide tot. Okay. Ähm, hier ist irgend noch eine andere Fraktion, die auf die schießt. Auf der Brücke ist, glaub' ich, noch ein Trupp, der hier, die Brücke gerade runterkommt. Alter. Hast du sicher nicht auf mich geschossen? Nein, ich hab' gar nicht geschossen. Wo genau sind die jetzt? Auf der Brücke, die sind schon tot. Ich hab's erwischt. Also, einen, glaub' ich. Beide sind tot. Aber einen hab' ich nur davon gekillt. Das heißt, das ist noch irgendjemand anders. Alter, irgend... Boah, ich wär' zu paranoid bei dem Spiel, ne? Okay, beim Zielen... Alter, wie kann ich das Zielen schneller einstellen? Hm, die Sensiv... Ich weiß nicht, ob da irgendwie Scope-Sensivität hier gibt. Äh, Auto. Brücke, Auto. Brücke, Auto. Zwei Stück in nem Auto. Einmal getroffen. Seh' die gar nicht, Alter. Ja, die sind schwer zu sehen bei dem Auto. Auf jeden Fall, äh, hinterm Auto hockt einer, der andere hinter dem... LKW. Ich jagt das Auto hoch. Soll ich zu dir rüberkommen? Äh, komm mal ein bisschen mehr Richtung Mitte der Brücke. Die hocken beide hinter dem roten LKW. Ich hab' beide jetzt gut getroffen. Brücke, wo sind denn der scheiß roter LKW? Auf der rechten Seite, direkt hier vorne am Eingang. Da, denkst du, wo das bei dem Auto ist? So, ja, gut, da ist ein fetter Baum bei mir im Weg. Okay. Geh' mal so, dass du da eine bessere Sicht hast. Ja. Weil die hocken dahinter. Ich geh' mal gucken, dass ich die flankieren kann. Halt du mal Blick auf den LKW. Nicht, dass die von der Brücke runtergesprungen sind, aber es... Nee, die sind da noch. Sicher, weil sonst geh' ich mal recht von rechts ran, dass ich die, äh, in der Seite reinballe. Ich hab' den Daumen geschossen. Perfekt. Sobald einer sofort instant stirbt... Nee, der lebt noch. Der lebt noch. Ich seh' ihn, glaub' ich. Boah, ich bin so unsicher beim Zielen, Alter. Oh, was kommt noch? Äh, hast du ein Med-Kit oder so? Du hast keine volle AP, ne? Erste Hilfe-Kit. Soll ich Erste-Hilfe-Koffer nehmen direkt? Nee, nimm Energy, falls du sowas hast. Ja, verbinden hab' ich auch. Ich seh' ihn. Nee, nimm Energy... Nur Energy kann ich über 100% heilen. Äh, bis 100%. Der Rest geht nur bis 75 AP. Ach so, scheiße. Das ist Verschwendung. Okay, die sind da noch. Hast du einen gekillt von den beiden? Ich hab' den nur da angeschossen. Ich seh' ihn. Einmal getroffen, zweimal getroffen. Der müsste nicht mehr viel haben. Hab' ihn ausgenockt. Das heißt, der andere lebt auch noch. Boah, ist das schwer zu treffen. Ich schieß' gerade zwischen diesen... Brücken-Dingern hin und her. schon wieder ausgenockt. Ernsthaft? Der, sein Kollege hebt ihn immer wieder auf. Ich hab' gleich keine Muni mehr. Warte, warte, ich geh' mal von links ran. Nee, bleib' mal da, bleib' mal da. Du musst den Brückeneingang im Blick haben. Wie oft soll ich den Typen denn noch ausknocken? Sind die immer noch im Truck? Ja. Ich seh' sie sogar. Schon wieder ausgenockt! Wie oft denn noch? Warte, warte, hast du den Truck im Blick? Die hocken halt dahinter. Ich komm' von der Seite gerade. Äh, was ist nochmal Luft dran halten? Ich hab' ihn gekillt. Äh, keine Ahnung. Steuerung oder Schiff? Ich glaub' der kommt gleich zu dir. Nee, nee, er ist an den Kissen. Der robbt sich nach hinten. Warte, ich guck' mal. Also, sein Kollege ist endlich tot. Ja. Und sein Kollege ist an den Kissen hinter dem Truck. Okay. Guck' mal, wie nah ich jetzt schon an die rangegangen bin. Ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn. Sehr schön. Puh. Da kommt auch noch ein Schiff an. Richtung Nordwesten. Warte! Ey, wir sind so weit entfernt voneinander. Ähm, die sind gerade getaucht. Kommt da noch ein Auto über die Brücke gefahren? Ja. Alter. Ich hab' mal die Leute... Ein Buggy, ein Buggy. Ja, ja, ich komm' mal zu dir. Ähm. Ich hab' ihn getroffen. Sehr schön. Ich brauch Muni. Okay. Hast du die Sniperwaffe aufgesammelt? Nein. Okay, dann nehm' ich die gleich, weil ich hab' nur eine Waffe. Fällt mir gerade auf. Alter, ist das spannend. Puh. Meine Hände... Meine Hand schläf' einen. Ich bin's nicht gewohnt, am Pipgy zu zocken. Ähm. Hast du 7,62 Muni noch, die du nicht brauchst? Ja, hab' ich, hab' ich, hab' ich, hab' ich. Dann komm' ich mal schnell zu... Okay, hier sind unter der Brücke hier. Ich seh's. Ich seh's auch, ich seh's auch. Knall drauf, wenn du ne freie Schussbahn hast. Die sind da unten richtig, äh, gefangen. Am Pfeiler, am Wasser, wa? Genau. Zwei Stück müssten das sein. Sehr schön. Ich hab' ihn zweimal getroffen, zweimal getroffen. Perfekt. Warte, ich warte, bis er sich bewegt. Alter. Ahhhh. Was soll ich jetzt zur Heilung nehmen? Wie soll ich denn mich heilen? Ich hab' keine Ahnung. Null. Energydrink oder so. Hast du sowas? Warte, ich komm voll dabei und geb' dir einen. Halt' dir mal einen Blick. Und pass' auf deinen Rücken auf. Hinter uns kommt ein Supply Drop auch runter. Äh, drop mir dann ganz schnell 7,62 Muni. Ich dropp dir dann Energydrink. Den kannst du dann mit, äh, Taste 0 auf den Zahlenstrahl direkt nehmen. Oder halt Rechtsklick im Dingens. Klick, 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 klick. Direkt bei mir. Fuck dir nicht. Hier, Penkillers liegen auf dem Boden. Oh, er hat mich getroffen. Hast du die Muni hingelegt? Oh ja, ich hab's, danke. Äh, hinter dir sind die Penkillers. Nimm sie mit, ich geh' wieder weg. Warte, ich muss mir mal schnell auch Penkillers reinwerfen. 30 Sekunden bewegt sich die Zone, dann musst du zu mir nach vorne kommen hier. Ich hab' Angst, dass sie gleich da, äh, hochkommen, wo ich weggegangen bin. Ja, das wird spaßig. Siehst du, äh, siehst du die beiden noch? Nein. Nicht, dass sie jetzt gerade hierhin gelaufen sind, wo ich bin. Komm schon. Und ich dann überrumpeln. Hier ist zu Stall, hier kommen sie nicht direkt hoch. Sie sind nicht mehr. Hä? Da sind die direkt unter mir. Halt's halt den Blick unter die Brücke. Es könnte sein, dass sie direkt vor dir gleich aufpoppen. Nee, ich bin jetzt schon in der Safe Zone. Falls die hochkommen, hab ich sie trotzdem im Blick. Okay. Da wird's hier liegen, einfach scheiße. Halt, Alter, auf jeden Fall, check deinen Rücken. Weil wir sind echt leichtes Futter hier. Ich seh' ihn. Ja, 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 hinter dir, hinter dir. Was? Wo, 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 wo? Oh, ja. Kriegst du ihn? Los, los, noch einen Schuss. Pass down. Das ist... Ich weiß nicht, was dein Kollege ist. Kriegst du ihn down? Notfalls lass ihn liegen. Sein Kollege könnte gleich hinter dir hochkommen. Alter, was hält der aus am Boden? Die halten viel aus. Pass auf den Rücken auf. Der kommt recht... Nee. Ist er bei dir? Auf der Brücke ist einer. Auf der Brücke ist einer. Hab ihn. Auf der Brücke ist noch einer. Oh fuck. Auf und unter der Brücke. Ja, ich hab keine... Ich hab kaum noch Munition. Fuck, ich hab keinen... Ich hab kaum noch... Irgendwie... Hab Health Kits oder so. Okay, unter der Brücke ist einer. Auf der Brücke ist einer. Ja. Oh fuck. Scheiße. Auf der Brücke ist einer? Ja. Hinter dem LKW. Oder steckt da irgendwo drin. Kann ich nicht sehen. Ich... Hock direkt bei ihm. Ja, der ist genau über dir irgendwo. Und genau unter der Brücke ist auch einer. Oh Gott. Schlimm, ne? Oh, ich hab ihn kurz gesehen. Ähm... Wir sind gerade gearscht. Wenn die... Safe Zone kommt, müssen wir uns bewegen. Ich hab keinen... Keinen... Ich hab keine Pankillers mehr. Gott. Das heißt, der kann uns in den Rücken schießen, oder? Wir... Scheiße. Uh, die Safe Zone ist da unten in dem Dorf. Ich kann ihn echt nicht sehen. Saubus? Ja, ja, ja. Problem. Ich versuche mal zu dir zu kommen. Und dabei den gleichzeitig einen toten Winkel zu dem zu haben. Dann laufen wir gleich den Berg hoch. Laufen hinter den Berg. Oh Gott, oh Gott. So. Folg mir. Äh, hast du den gelootet, den Typen? Ja, aber der hat noch richtig viel Munition. Okay. Ich nehm mal schnell... Äh... Oh Gott. Die Safe Zone kommt! Was, was? Die kommt, die kommt, glaub ich, oder? Achso. Oh Gott, hast du mich hassen. Ja. Sei weg hier. Scheiß auf den, äh, Stufe 3 hoch. Ich hab das nicht gesehen. Scheiß jetzt auf. Wir müssen jetzt weg. Ich schieß auf den Typen. Schieß, schieß du? Schieß du? Ja, 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 der Typ ist tot. Okay, lass ihn liegen, lass ihn liegen. Friss ihn gleich auf die Safe Zone. Der ist sowieso... Sein Kollege war schon tot. Dreh leicht nach links ab. Du läufst nicht gerade in die Safe Zone rein. Ja. Ich, ich schaff's nicht. Glaub ich, ich, ich glaub ich... Ich komm nicht heiler an. Pack die Waffe weg, pack die Waffe weg. Ja, ja, ich, ich, das, das, das... Wir werden beschossen, wir werden beschossen. Ist nicht schlimm. Ja, Hauptsache... Oh Gott, nein, 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 komm schon, komm schon, komm schon, komm, nein! Rob dich, nee. Kannst du, ich, ich komm dir entgegen gerobbt. Ich komm dir entgegen gerobbt. Heil dich. Heil dich hoch und hol mich dann. Wenn du's schaffst. Oder du überlebst alleine, äh, diesen Terror. Okay, äh, kannst du vergessen. Das schaff ich nicht. Scheiße. Schneller Junge, komm, komm, komm. Ja, auch nicht so will ich doch nicht sterben. Ah, komm. Vier Stück hab ich erwischt. Ey, weißt du was? Ich heil mich jetzt mit dem fetten Zeug. Ist eh jetzt vorbei gleich. Du hast noch sieben Leute vor dir. Das kannst du schaffen. Du Scheiße, Alter. Ich war noch nie so weit. Da, links von dir ist einer. Links von dir. Links von dir. An den Bäumen. Siehst du ihn? Er hat dich auch gesehen. Er hat... Ins Gesicht schießen hilft. Ins Gesicht. Nein! Nein! Mann! Ah, das war ne ziemlich gute Runde, musst du aber sagen. Since 추steсть war. Bis zum nächsten Mal. einzuhören. Bis zum nächsten Mal. Lasz die Diensten. Bis zum nächsten Mal.